willkommen liebe ich bin im olymp und ich bin so ein bisschen bowler los aber was es damit eigentlich auf sich hat ich habe hier eben schon mal angegriffen und ihr seht das ja so ein bisschen man könnte ja meinen ich bin von dem live stream gestern einfach mal sitzen geblieben hier nehmen einfach weiter auf nein ist natürlich nicht so aber ihr seht das hier so ein bisschen so ganz ganz kleine mini veränderung ich teste zurzeit ein ganz ganz anderes aufnahmeprogramm wo ich auch overlays hinterlegen kann etc habe mir jetzt ein bisschen was da raus geschnibbelt also bis in das spielkind kommt mal wieder ein bisschen raus bisschen so ein bisschen rumfummeln bisschen konfigurieren ich mache das immer ganz gerne aber ich habe dann eben eigentlich schon mal diesen angriff hier aufgenommen für mich und muss sagen der war irgendwie bei der weit der war so richtig irgendwie war der c aber auch jetzt wenn ich in einer wiederholung gucke weiß ich nicht ich hätte fast gesagt was haben die hocks genommen die sind so so super langsam hier in diesem angriff und ich weiß nicht die sind auf fünf ich meine auf sechs und sieben sind die nicht schneller und nicht langsamer aber irgendwie war das ganz zäh und deswegen habe ich gedacht irgendwas stimmt vielleicht an dem programm hier noch nicht oder so aber es ist glaube ich doch nicht so der ganze angriff hier war irgendwie da war so ein bisschen halbmux aber ich habe wenigstens gewonnen ich habe wenigstens ein bisschen was an dunklen geholt denn mit dem tue ich mich im moment da so ein bisschen schwer was das fahren angeht ich habe auch etliche bauarbeiter frei und von daher habe ich im moment so ein bisschen den fokus darauf gelegt dass das ganze hier überhaupt läuft dass ich ein bisschen aufnehmen kann und wie kämpft man hier eigentlich bowlerlos selbst haben wir gesehen im olympi ohne bowler also auch mal ich bin in diesem clan hier olymp und ist ein ganz netter clan normale aktivität und sie mögen keine jumper keine russia bin ich nicht bin wieder ein jumper gut natürlich bin ich eigentlich ein jumper aber ich dann nach mehreren wochen erst wieder raus und habe aber auch wie eigentlich sehr sehr oft eine tech für euch nämlich den gm pro 97 hat mir geschrieben eltoto ich gucke da einfach mal neidisch drauf jetzt ich habe alles max jo ich sehe es du hast alles max hasse super gemacht und muss ich glaube ich nichts mehr zu sagen kleiner ausdruck schon mal in die teilen liegt gemacht ist ein wenig krieg sterne finde ich jetzt und die base sieht natürlich auch genau so aus ich denke mal die fallen die meisten rhl war die nichts mehr an die fans zu tun hatten abseits von meiner die fans mit meinem rathaus 11 haben sicherlich auch schon die fallen und die bomben alle fertig so sieht das hier eigentlich auch aus und das cool ist natürlich sie können jetzt auch egal welche lieber sie können ihr gold und ihr elex erstmal jetzt in diese vielen vielen mauern stecken also schönes dorf gefällt mir ganz gut hält das beim farmen ja das hält beim farmen 38 mal natürlich den dunklen port hier draußen im rohr nicht mehr also schönes ding hier und ich denke mal ich denke sich einfach so ein bisschen das dunkle und dann ist das schon ganz gut aber guck mal in den letzten klar krieg rein da habe ich mit zwei charakteren ja angegriffen und wie ich das mit dem ersten gemacht habt seht ihr jetzt und mit meinem rathaus 8 da musste ich erstmal auf eine relativ starke base denn ihr seht das hier unten ich habe nicht so die super armee am start mit dem rathaus 8 also noch ein golem auf 1 die hockrider noch auf level 3 und deswegen ja also die war schon die base die ich davor gemacht habe die war nicht ganz so knackig die hatte noch achter und neuner kanonen aber hier erst mal die clan bruch denke ich mal ganz schön gelockt also das ganze musste leider so ein bisschen oldschool stattfinden oldschool warum ja früher gab es oder es gab ja auch eine zeit vor dem bolan also es gab auch eine zeit wo es gar keine bruder gab weil es die truppe noch nicht gab und dann waren solche angriffe in der regel genauso wie hier das heißt also man hat dann natürlich keine bohler in der klanburg ich beobachte das immer wieder das natürlich viele noch neuner viele achter immer wieder die bohler fordern ist dann ist natürlich eine super truppe sechs oder fünf stück dann oder vier stück in der klanburg zu haben die rocken schon ganz gut auf auf level 3 durch vor allen dingen wenn wenn ein paar golems davor hast die die super tanken und ja ich muss mir einfach was einfallen lassen warum muss ich mir was einfallen lassen ich hätte hier natürlich bohler fordern können aber zu dem zeitpunkt wo ich angegriffen habe war kein mensch online hier nur ich mit meinem rathaus 9 account also habe ich mir einfach ein paar auch weiter hier unten kommen sie raus das sind die max hocks hier da habe ich einfach dazu reiten lassen und ihr habt das vielleicht wer darauf geachtet hat ganz zu anfang ich habe die base in unter zwei minuten zerlegt ja ist mir auch später erst aufgefallen als ich den angriff noch mal geguckt habe habe ich dann gesehen jo mensch gar nicht mal gar nicht mal so schlecht unter zwei minuten hier das ding und aber auch hier habe ich so ein bisschen das gefühl dass die art ist dass sie doch relativ schleppend sind ich meine das sieht jetzt vielleicht nur so aus da kommt noch mal eine riesenbombe raus und dann hüppeln die hier noch mal zur kanone ja und dann räumen die hier eigentlich ist noch ab machen also schönes clean up hier in der base hier und das sieht eigentlich ganz gut aus glaube ich und ich hatte ja echt noch eine super masse über meinem 9 account habe ich natürlich genau das gleiche oldschool problem gehabt wie ich das gelöst habe gucken uns nach dem angriff an aber ich denke mal das waren erstmal von mir hier ganz nette sterne vor allen dingen mit den ja so leicht verminderten truppen hier sie sind ja denn doch noch nicht so super stark aber schöne drei sterne hier eingefahren und ich das mit dem neuner gelöst habe das seht ihr nach nach diesem angriff hier ja und auch hier hatte ich natürlich so ein bisschen not was packst du eigentlich in die klammung rein und ihr seht meine truppen ich habe ein gola lohn ausgebildet also auch so ein bisschen oldschool denn eigentlich zehn magier nehme ich eigentlich nie mit wenn ich ein gola lohn mache denn die brauche ich ja letztendlich nur zum funneln und ihr seht dass die base ist jetzt nicht so super stark aber von der luft her war sie schon ein bisschen stärker hat zumindest ich muss mal gucken zwei feger hier hat zwei x bogen auf level 3 und dass ihr das für meine truppe ist das schon eine sehr sehr starke base hier abgesehen davon ist dann natürlich der flächenschaden sehr sehr mau hier also die magier türme sind ja wirklich relativ weit noch unten ich glaube zweier und dreier und aber wie gesagt eigentlich brauche ich nicht so viel magier für den fahnen hier habe auch mal ein paar mehr mitgenommen und ich habe in der klaren burg und ihr seht ich habe selber nur zehn stück dabei habe mir also selber los gespendet die sind auch nicht max weil ich habe die auf dem chef koch erst auf vier und so wurden die hier immerhin zu sechser uns das geht ja schon ist ja schon nicht schlecht max loons war kann er da das war kann er da und auch hier wieder bola los also auch hier so ein bisschen ich nehme das wort heute öfter mein mund ein bisschen old school und dass ich jetzt meine level 1 lava hunde in die bs rein die loon so ein bisschen verteilt dahinter aber ja ich habe eigentlich eigentlich habe schon an der stelle gesehen naja das wird sicherlich hier so ein kleiner overkill werden denn selbst meine lava hunde auf 1 ich meine gegen die fünfer oder vierer vierer fünfer ich weiß das gar nicht mehr luft abwehren hier nicht grenzwertig war ja ganz schön für mich also mit ein zauberchen unterstützt und da war ich auch ja was heißt das heißt ich war froh aber eigentlich alles was jetzt rüber lag für mich an basis war dann doch schon ein bisschen zu schwer für für gute drei sterne und so war ich eigentlich froh dass es hier relativ schnell auch zügig und unzügig herum ging und dass ich hier auch kein zeitproblem hatte dafür reicht meine armee gerade so um solche bases hier zu machen also gerade mit den x-bogen mit den luftabwehren wenn die dann schon ein bisschen höher sind und der rest ist nicht dann geht es habe das gesehen der flächenschaden war jetzt wirklich nicht so pralle und andere haben ja auch im klaren angegriffen gar keine frage wir schauen uns in jedem fall noch ein angriff an und der kommt von ich glaube ich glaube der kommt von pepe ja aber erst mal die drei sterne hier und auch so ein bisschen oldschool also auch hier wieder absolut ohne oder so ich habe jetzt in pepe wie ich schon angedroht hatte 6 auf 9 also ratos 10 auf ratos 10 aber auch das seht ihr hier so ein super starkes zähne dorf ist es jetzt nicht aber zur abschreckung ich meine so dreier entfernen und über die schrecken schon ein bisschen ab und er hat hier allerdings auch die golems auf 5 hat seine eigenen bohler dabei also level 2 bowler hat einen pecker dabei auf level 5 ja wird genutzt hier habe ich jetzt immer wieder öfter öfter gesehen also nicht nur von mir sondern auch schade auch mauerbrecher fehl ja richtig klassisch also alle vier mauerbrecher da gerade gestorben und besser ist natürlich man setzt erstmal so ein dem man laufen lässt in richtung morgen diese eine bombe loslässt oder man lässt einfach ein riesen in diese richtung erstmal laufen und setzt die mauerbrecher dann dahinter damit genau sowas nicht passiert aber er hat gut reagiert hier fand ich zumindest hat dann rechtzeitig den den sprung hier gesetzt hat in der hat in der clan buch und pecker wunderbar max pecker sauber und hat also schnell reagiert und auch gut reagiert also mache ich auch immer ganz gerne deswegen habe ich auch mal ganz gerne sprung dabei wenn meine mauerbrecher auch fehlen sofort den sprung raus dass die truppen irgendwie in die base erst mal reinkommen denn er hat das gesehen so ein bisschen richtig gehen dann irgendwann fangen die an außen rum zu gehen die interessieren sich dann nicht nicht mehr für das was nicht mehr hinter der mauer ist da ist ja nichts mehr denn es ist viel zu weit weg und hat er gut reagiert hier und ist mit dem sprung eigentlich auch jetzt denke ich mal ganz gut noch in die mauer oder in diese base reingekommen und deswegen fand ich den angriff eigentlich auch gut also ein bisschen ja die die golems sie sind einfach die könnten sie ein bisschen patchen also was heißt patchen bisschen nerven richtung geschwindigkeit denn die sind auch wirklich 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 langsam aber sie sollen ja eigentlich letztendlich so tanken allerdings ja doch jetzt fängt jetzt fängt er wieder an zu tanken jeder der golem hier seht dass er kriegt jetzt feuer von dem bogenschützen turm also wirklich viel schaden macht er natürlich nicht und hat er hat hat er gut gemacht hier der knackpunkt war sicherlich die mitte innen drin dass man die sauber im kern bekommt denn hier außen ist ja auch noch nicht so wirklich level 10er def und von daher hat er gut gemacht hier der pp so mein kaffee noch ist heiß so wenn man das hier auch schöne drei sterne war auch kein zeit zeitliches problem allerdings klar kann man hier so die eine eine truppe noch für außen mit nutzen aber ich glaube die hatte auch genutzt da kam noch gerade eine luftbombe raus und schön gemacht hier mit dem der pecker war auch nicht mäxt auch nicht schlecht ja also man nimmt was man hier kriegen kann und wenn hier die spender mit dem maxruppen die online sind dann nimmt man das was man kriegen kann und kann damit auch gewinnen super sache leider mit den klaren krieg trotzdem relativ hoch verloren denn hier oben ihr seht das da ging nicht mehr wirklich viel hier und ja da haben wir ein bisschen zu viel böse sterne gelassen ist aber nicht so tragisch nächster klang krieg wird besser und wir suchen uns noch einen gegner für diese luftarmee hier die ich eben auch im ck benutzt habe und ich würde sagen ich suche den gegner offline und dann machen wir online aber den angriff das ist ein cooler gegner das ein cooler gegner mal sehen ob wir hier was machen können ihr wisst es beim danke dir für das viele viele gold was hier außen ist da habe ich da habe ich ein bogey für so da habe ich schon mal ein bogey für und ja echt nett dass er das hier so gemacht hat jetzt habe ich natürlich mal gucken ich habe hier 33 riesen dabei also ich nehme ich nehme in jedem fall die geschenke hier mit gar keine frage ich gucke mal ob ich ob ich das lager kriege ich das wo auch noch mal schauen ist okay ich darf natürlich jetzt nicht so viele so viele magier verbraten hier aber das gold ist echt nett nett postiert hier okay wir machen hier aber auch weiter mit dem cola loon und ich würde sagen jetzt muss ich mal schauen ja der wird ja nach dahin gehen ein bisschen doof aber egal da müssen wir durch und ich würde sagen wir nehmen den nach hierhin ja der der geht auf jeden fall schon mal etwas besser dann gehen wir nein jetzt habe ich mauerbrecher fehl er wollte jetzt habe ich die mauerbrecher fehl denn die müssen jetzt da springen da müssen die springen wenigstens ein golem der andere google doch der geht der geht auch da lang na super der andere golem geht auch da lang den lasse ich mir mal noch und mal sehen ob wir jetzt wenigstens eine luftabwehr da weg kriegen beziehungsweise ob wir sogar ja vielleicht kriegen wir sogar zwei ihr wisstens ich habe keine bola in der klaren burg und auch meine queen ja 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 meine queen kriegt jetzt schon richtig feuer hier dann muss ich hier jetzt mal meine loons schon mal mit raus lassen und ich darf nicht mein king vergessen hier sind meine anderen loons und ja jetzt habe ich ich werde wahrscheinlich das feger problem haben müssen mal gucken dass wir wenigstens noch ein bisschen ressourcen mitnehmen ich weiß der angriff ist grütze aber ist nicht so schlimm wir heilen hier die die loons mal durch denn meine hunde ein ein hund lebt dann noch okay ich will in jedem fall echt die vielen super ressourcen hier mitnehmen vor allem dass das wirklich viele gold und das dunkle ja dass das war oder wäre jetzt auch nett allerdings ist das für mich jetzt doch glaube ich in unerreichbare sphären gedrungen aber meine loons kriegen da jetzt ja schade auch da ist er die kaputt noch in der mitte da haben wir noch ein tesla und hier haben wir auch noch einen dunklen bohrer bei denen immer in jedem fall mit denen immer in jedem fall mit ihr der ist ja auch noch relativ gut gefüllt und das war wenigstens so ein bisschen was was kriegen hier ja meine queen hat gerade das zeitliche vom vom king gesegnet also der angriff war nicht wirklich gut aber ich glaube er hat doch immerhin einen stern gebracht und und so ein paar ressourcen also danke dir noch mal king kürung gehen dass du mir zumindest ich glaube es waren so gute 600.000 knapp jetzt an gold wir herausgestellt hat und auch vielleicht sogar noch einen zweiten stern denn hier wird wahrscheinlich auch noch was drin sein aber ich denke mal in 25 sekunden das kann abbrechen abbrechen dass wir nicht mehr packen aber ja 531.000 das in ordnung denn ich habe hier reichlich bauarbeiter frei das dunkle ist auch cool acht pokale ist ja mein push account hier mein kleiner push account so will ich ihn mal benennen und ich hoffe es hat euch ganz gut gefallen auch mit diesem komischen rahmen ich werde jetzt wieder eine stunde hinter mich treten auch auch das habe ich setzt euch kleine ziele mein kleines ziel ist immer mindestens eine stunde hinter mir zu arbeiten denn hier oben auf dem boden bin ich aus kleiner messi das heißt ich kann nicht nicht wirklich was wegschmeißen und sortiere eigentlich nur um deswegen wird das hinter mir auch glaube ich eine ewig baustelle werden irgendwann soll das ja wieder ver-green screen werden aber solange da hinten noch so viel müll ist den muss jetzt erstmal wegräumen und wollte euch aber zumindest eine folge präsentieren hier aus diesem clan hier aus dem clan olymp denn der klang läuft mir sonst irgendwann raus und ich hätte euch das schöne oder die eigentlich die ganz guten angriff nicht zeigen können ich würde sagen bis dahin euer tuto clasht